Und dann können wir nämlich schon mal die Dosen anständig öffnen. Und dann werde ich erstmal ne Runde schlafen. Und zwar schlafen wir dann mal noch 2 hier rein, wir schlafen 6 Stunden, das reicht. Ich muss ja nur schmieden, wenn überhaupt 6 Stunden. Na ja, 6 Stunden können wir schon schlafen. Ach so, wir brauchen vorher was essen. Klingt ja gefährlich hier drin. Das werde ich im Dunkeln nicht hinkriegen. Ich kann alles essen. So. So. Okay. Wie jetzt denn? Naja. Was sagt die Kondition? 87. So. Das Messer haben wir. Jetzt machen wir die Axt. 4 Stunden. Fünfe Prints. Ah, gleich mal nochmal eine reinpacken. Herstellen. 2,0 Grad. 2,0 Grad. Pfeilspitzen, die sind auch ganz wichtig. Lebensgerade. 2,0 Grad. 2,0 Grad. I need to find a place to rest. Fifzig Minuten. Jetzt brennt er noch eine Stunde, dann machen wir noch einmal Pfeilspitzen. Was haben wir jetzt, wieviel? Okay, die Dings ist eh aus, ne? Haben wir gar keinen? Ne, haben wir eh nicht mehr. Wieviel Pfeilspitzen hatten wir? Äh, zwölfe. Ja. Gut. Passt. Okay, äh, wo war das jetzt? Hier. Legen wir ab. 28. Das machen wir gleich alles. Jetzt nehmen wir auch mehr oder weniger alles mit. Jetzt schlafen wir erstmal. Gucken, dass wir ungefähr bei 100 rauskommen. Dann müssen wir ja noch den Schlafsack holen. so. Nicht einen Dosenöffner gefunden. Hier hab ich auch nix mehr? Ne. Ja. Kalorien reichen leider nicht. Ich bin so hungry. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und dann greifen wir den an den Sack. Das Reh und der Wolf. Okay hat nichts abgekriegt groß. Krass. Schön wärs natürlich, wenn ich jetzt irgendwie... ...stock. Ich hab hier ein bisschen Zünder mitgenommen. Ist hier nicht mal ein Kohlestück? Ich hab schon mal auch ein Kohlestück. Ja. Nice. Okay. Und dann zurück. Und Feuer an. So. Ne. Das hat genau das. Und 75%. Ja. Ja. Gut. Das hat nicht funktioniert. Ja. Also Junge. Mit deiner Magnesiumfackel und Stöckern, das wirst du wirklich nicht. Oh nein. Die Facke ist aus. Bleib an. Bleib an. Eieiei. 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 Ab wann kann ich Kohle reinschmeißen? Neunzig Minuten. Das passt auch. Zwanzig Minuten. Warte mal. Der Zweig. Sind sieben Minuten fertig. Schön. Machen wir das gleich mal. Ist das Kohle? Ne. Neun Minuten. Da ist da noch ein Spike oder? Ja. Zwei Stunden. So. Das waren zwei Stunden. Zwei Stunden. Und der Dingst. Wie viele andere brauche ich hier? Tannenast. Eine Stunde. 70. 58 Minuten. Ja. Das ist doch. Komm. Dann machen wir den noch auseinander. Dann haben wir ausgesorgt, was unser Feuer angeht. Dann können wir auf jeden Fall denke ich das Fleisch komplett braten. Vier Stunden. Ja. Mit anständigem Werkzeug hier halten. Top. Den Rest kann ich auch noch im Dunkeln ausnehmen. Das braten wir auch erstmal direkt. Entscht. Das ist schon mal. In der Zwischenzent. Es ist doch schon so schön. Es ist auch sehr süßig. Und woher sie ist. So. Wo können sie etwas essen? Einen Kaffee machen wir auch gleich noch. Tschüss. So. Oh. 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 Sehr ironisch, wenn es direkt vorhin liegt. was So, jetzt bin ich aber sogar der festen Meinung, dass hier nämlich nochmal ein Kadaver war. Den suchen wir jetzt erstmal. Und hier ist nochmal Kohle. Ich habe alles abgesucht und direkt so nah dran lag es eigentlich. Okay, also die Fälle nehmen wir natürlich auch noch mit später. Das Fleisch haben wir auch schon, genau. Also hier geht es hoch. Wie lange hält es noch? Nicht mehr so lange. Da lag ja nichts. Ich kann mich echt konzentrieren in so einer Höhle, weil man echt schlecht sieht, selbst mit Fackel. So, und ich meine, das lag. Es kann natürlich auch sein, dass hier gar keins liegt. Einfach. Ja, ist wahrscheinlich auch so, weil der Schwierigkeitsgrad höher ist. Ja, da ist der Ausgang, dass hier noch was kommt. Ach, der soll da nicht rausgehen. Ich will noch mit der Fackel dahin rennen. So. Also schnell wieder zurück. Geschwind. Da ist es. So. Jetzt trappieren wir uns hier alles. Genau. Da kann ich hier im Dunkeln hantieren und da Lampe rausrennen. Trinken wir nochmal was Feuer. Das mit dem Wasser ist ein Problem, ne? Das habe ich mir jetzt selber eingebrockt. Scheiße. Eine Stunde. Zwei Stunden. Ich habe ja jetzt eigentlich Zeit. Ich warte es mal mit den Händen. Ich warte es mal mit den Händen. Ich warte es mal mit den Händen. Das war's. Das hat man eh. Was meinst du? Die hab ich ja. Ja, die Idee ist jetzt, ich werde die Sachen von Rieken abholen, die ich mitnehmen wollte. Da sind die Rohstoffenfälle und sowas, was ich da hab liegen lassen, dann gehe ich zum Leuchtturm. Und da werde ich dann nochmal campieren und mich hochheilen auf 100% und dann in Ruhe weiter wandern. Dann kann ich zwischendurch auch nochmal trocknen und so, die ganzen Klamotten. Okay. 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 Let's go. Okay. Bye. Das war's für heute. So, ausgeholt, ausgetrocknet. Hier brauche ich ja gar nicht hin. Kommt was zusammen. Wie viel haben wir jetzt, so? 33, naja. Ist alles relativ leichtes Zeug. All I can think about is food. Oh, drei Reha. Leuchter, ne Werkfang? Ich glaube nicht. Ich glaube, sonst könnte ich anfangen einen Bogen zu bauen. Da hat gerade ein Wolfen Hasen gefangen. Das ist dummer schön, dein Hasen. Ich bin gar nicht da. Kann ich hier auch sein? Ich kann mich nicht fühlen. Na Mensch, da komme ich aber gerade so rechtzeitig beim Leuchtturm an. Die Kondition ist ja auch nicht der Hit mit 73. Aber das könnte ich jetzt alles schön hochpacken. so. I could use a drink. Frischer Darm. Frischer Darm. Frischer Darm. Frischer Darm. Also ich brauche auf jeden Fall Holz. Aber das kriege ich ja hier drin. dann muss ich erst mal ein feuer machen das würde ich bloß noch mal schauen hier eine werkfangstand kann ich echt nicht daran erinnern aber hier ist keine hier auch nix aber hier nur oft in der wahlfangstation genau 34 minuten drei holz schon mal sehr gut was sagt er mit bayern 29 ich 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 hab jetzt die richtige Fackel, genau. Was ist das da? Da brennt die Fackel nicht. Ach was. Das ist neu. Das ist ja ein mies Einstreicherzweck. Diese Schweine. Und Stöcke hab ich auch nicht mehr gehabt. Na ja. Oh, so dry. So, erstmal halten wieder. So. 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 So kurzzeitig. So tight. So. 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 Ich weiß nicht, ob ich das hier verabschiede kann. So, das legen wir raus. Nehmen wir noch einen Stock mit hier. Dann sehen wir ein bisschen was. Wir essen das auch noch, weil wir brauchen eh ein bisschen Gewicht, was wir einsparen. So, und jetzt so lange schlafen, wie es geht und dann hoffen, dass wir möglichst hochkommen mit der Kondition. 95, sehr schön. Da kann man die Reise auf jeden Fall starten. So, ja, und dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge. Ich werde auch die ganze Zeit immer stiller, weil ich hier kurz vorm Einnicken bin. War ein langer Tag, nicht nur heute, sondern die letzten beiden Tage. Und, ja, das war's mit so long dark hier. Vielleicht sogar beim nächsten Mal schon. Na, ich denke nicht. Ich denke, die nächsten Male werden auch noch von hier aus sein, aber bald aus deinem Haus dann. Ja, bis dann und man hört sich.